Das passiert eben, wenn Frauen ein hohes Interesse-Level haben, die werden sich binnen einer Woche dann auch bei dir melden. Die halten es gar nicht so lange aus ohne deine Aufmerksamkeit. Heute will ich euch meine Anti-Ghosting-Strategie vermitteln. Leute wie ich, also Leute, die sich ein Rotationssystem aufgebaut haben, bei denen passiert das öfter. Auch im Allgemeinen, wenn ihr datet mit dem Ziel, eine gute Frau kennenzulernen, werden sich hier und da mal einige ganz leise verabschieden bzw. sich eine gute Zeit lang einfach nicht mehr melden. Heutzutage funktioniert das alles eben ein bisschen anders. Frauen haben viel mehr Optionen, entsprechend können sie auch viel einfacher Tschüss sagen, so von heute auf morgen. Viele Redpiller wollen in der Hinsicht sofort harte Grenzen setzen, löschen nach ein bis zwei Wochen die Nummer, aber ich nicht. Ich will euch beibringen, wie ihr effizient den Numbers-Game spielt. Wir müssen kommunizieren. Oh ja, das ist eine mächtige neue Kraft. Wenn ich dieses Video auf YouTube erstellt hätte, dann hätte ich erstmal 20 bis 30 Kommentare lesen müssen in der Art Das ist schlechtes Verhalten, das kommt überhaupt nicht in Frage, Nummer löschen und gut ist. Ich habe schon so einige Frauen für eine lange Zeit im Rotationssystem gehabt und teilweise sind sie auch immer noch dabei, die auch schon mal spurlos einfach so verschwunden waren und sich irgendwann einfach wieder gemeldet haben. Wenn sie beispielsweise total toxisch war und nur Stress verursacht hat, dann könnt ihr die Nummer natürlich löschen. Alles, was regelmäßig Stress verursacht, das kommt weg. Da stehe ich voll dahinter. Ansonsten gibt es eben die einmalige gelbe Karte. Ich gebe euch heute wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Ich habe vor kurzem wieder ein Patreon-Video erstellt, wo ich genau erklärt habe, wie du deine Aufmerksamkeit bei schlechtem Verhalten richtig entziehst und auch, dass eine Strafe in jedem Fall notwendig ist. Heute gehe ich da eben etwas mehr ins Detail. Schlechtes Verhalten gehört bestraft, sonst werden sie die Grenze auch immer wieder überschreiten. Wer das nicht traft, der wird es sehr, sehr schwer haben mit Frauen. Die Sache ist nämlich auch die, dass Frauen dich dann nicht respektieren, wenn du ihnen einfach so vergibst. Dann sind sie vielleicht dankbar, aber dahinter steckt kein Respekt. Respektiert sie dich nicht, wird sie dich auch nicht lieben. Ist das klar? Zu Gefehl Drill Sergeant! Der Hauptgrund, wieso Frauen diese Distanzspielchen spielen, ist, um Kontrolle zu gewinnen in der Geschlechterdynamik. Sie wollen eben vermitteln, ich bin der Preis. Mir ist auch schon schlecht, ja. Sie ziehen sich zurück und warten, dass du angetackelt kommst. Was ist deren Ziel? Entweder erschaffen sie so ihren perfekten Sklaven, der willig ist und alles für sie tut, oder sie verlieren eben kurz darauf das Interesse, weil er zu sehr Beta ist. Das ist schon witzig, wie das so läuft. Seid mal ehrlich mit euch selbst. Bevor ihr die Red Pill geschluckt habt, seid ihr dann nicht auch darauf reingefallen? Habt ihr dann nicht auch immer mehr investiert, wenn Frauen sich distanziert haben? Auch ich bin zu Blue Pill Zeiten hoffnungslos darauf reingefallen, weil ich niemals auf die Idee gekommen wäre, dass Frauen auf solche Ideen kommen würden. Schließlich waren sie rosenduftpupsende Engel in meinen Augen. Man kriegt dadurch eben das Gefühl, dass man sie verlieren könnte und aufgrund der Hollywood-Fehlkonditionierung haben wir uns eben mehr bemüht. Resultat? Wir leben nicht mehr im eigenen mentalen Ursprung, sondern in ihrem Ursprung. Und das kann nur schief gehen. Sie sind dieselbe Gattung, dieselbe Sorte hochmotivierter Problemlöser-Frauen. Bei jemandem, den sie als Alpha sehen, kommen in der Kennenlernphase auch Distanzspiele als Shit-Test in Einsatz, um dich auf Selbstbewusstsein zu testen. Sie wird sich distanzieren, du zeigst keinerlei Durstigkeit, du meldest dich nicht und sie wird sich melden, weil ihr Interesselevel eben dadurch steigt. Das passiert eben, wenn Frauen ein hohes Interesselevel haben, die werden sich binnen einer Woche dann auch bei dir melden. Die halten es gar nicht so lange aus, ohne deine Aufmerksamkeit. Einen Mann, den sie als Beta einstuft, wird sie übrigens auch nicht Distanz-Shit testen. Warum denn auch? Wenn sie an einen Beta interessiert ist, dann wird sie auch sofort daran arbeiten, ihn gefügig zu machen. Ein weiterer Grund, wieso Alphas Distanzspielchen abbekommen ist, wenn Frauen es nicht schaffen, ihn zu binden. Das passiert mir im Rotationssystem nach einigen Monaten und Jahren auch immer wieder gerne mal. Sie distanzieren sich und wollen damit vermitteln, wenn du keine Beziehung mit mir eingehst, dann bin ich weg. Bis dahin hat sie aber in der Regel schon Beziehungssignale gegeben. Du hast vermutlich dann nicht angemessen darauf reagiert. Ich habe ja schon Videos dazu erstellt, wie du eine Beziehung effizient hinauszögerst, weil Frauen, die wirklich an dir interessiert sind, die wollen es dann teilweise auch zu früh. Ich finde, man sollte mindestens sechs Monate bis ein Jahr lang erst mal daten, bis man weiß, wie man da wirklich vor sich hat, bevor man überhaupt an eine Beziehung denkt. Der vierte Grund ist auch sehr häufig vertreten, hätte ich vielleicht als zweites nennen sollen oder so. Eine potenziell bessere Hypergame-Option bietet sich hier an. Sie wird sich dann zurückziehen und guckt erstmal, was der andere so zu bieten hat. Das sind dann eben die bekannten Hypergamen-Zweifel. Kommt bitte niemals auf die Idee, eine Frau zurechtzuweisen mit einer Nachricht, weil sie sich schon länger nicht gemeldet hat, denn Reisende soll man nicht aufhalten. Ich werde euch jetzt Schritt für Schritt erklären, wie ich jedes Mal vorgehe. Erstens, sie muss sich zuerst wieder von sich aus bei dir melden. Da reicht es nicht aus, dass sie irgendein Bild von dir auf Social Media liked oder wenn ihr euch unerwartet trefft, sie dir ein einfaches Lächeln schenkt oder sowas, Sie machen sowas nämlich bewusst, sie werfen einen kleinen Köder und erwarten dann, dass du dich wieder bei denen meldest. Und die kennen auch mehr als genug durstige Knechte, die auf sowas reinfallen. Heb es auf, Bastard. Es gibt keine, keine Ausnahme für diese Regel. Sie wird dir also schreiben oder sie wird dich anrufen oder sogar von Angesicht zu Angesicht mit dir sprechen, aber Letzteres passiert eigentlich so selten, das kann man dann wegstreichen. Die Angst auf Abweisungen ist da einfach zu groß. Sagen wir mal, sie hat den Kontakt zu dir wieder initiiert, dann kommen wir zu Schritt 2. Du bleibst neutral und etwas distanziert, so als würdest du ganz einfach mit einem Arbeitskollegen höflich am Telefon sprechen, bis sie auf irgendeine Art und Weise vermittelt, sich wieder mit dir treffen zu wollen. Du klingst ganz höflich und ungerührt, kein Mimimi und nicht die beleidigte Leberwurst spielen und schon gar nicht überglücklich mit dem Schwanz wählen wie ein Hund, nur weil sie sich wieder gemeldet hat und ein Gespräch sucht. Sie sind die ganze Welt verrückt geworden! Mehr Aufmerksamkeit wird sie nicht bekommen, es sei denn, sie will sich mit dir treffen. Hat sie das getan, dann sind wir beim dritten Schritt. Dann kommt es eben zum Einsatz. Du solltest im Allgemeinen in all meinen Videos Nicht meine Wortwahl eins zu eins verwenden. Ich will euch eigentlich immer nur eine Kernaussage vermitteln. Du kannst zum Beispiel sowas sagen wie Mir hat das ehrlich gesagt überhaupt nicht gefallen, dass du dich einfach nicht mehr gemeldet hast, bist einfach von null auf nichts verschwunden. Ich finde, das gehört sich nicht. Ich will dich zwar wiedersehen, aber wie willst du das denn wieder gut machen? Du willst dann erstmal zuhören, was sie zu sagen hat. Und wenn sie fragt, was willst du denn, dann sagst du, schlag doch was vor. Denn dadurch kriegst du oft mehr als das, was du von ihr erwarten wirst. Du willst sie ohnehin noch zu dir einladen. Das ist übrigens auch situationsabhängig. Ich stelle es lieber nochmal klar. Sie wird gerne zu dir kommen, wenn ihr schon eine kleine Vergangenheit miteinander hattet. Wenn du sie bisher nur ein bis zweimal gedatet hast und sie wurde danach zum Geist, dann wird sie das sehr wahrscheinlich nicht mitmachen. Es wird allgemein auch Frauen geben, die fühlen sich beleidigt, wenn du das sagst. Es könnte auch ein Shit-Test sein, um zu gucken, ob du auch wirklich dahinter stehst hinter dieser Aussage. Das ist alles ohnehin nicht verhandelbar. Wenn sie nichts vorschlägt, dann willst du dich auch nicht erneut mit ihr treffen. Du willst doch schließlich nicht erneut irgendwelche Distanzspielchen abbekommen, sobald eine andere Option auftaucht oder irgendwas anderes nicht passt. Das ist ein einmaliger Deal. Verabsch sie dich einmal. Schande über sie. Verabsch sie dich ein zweites Mal und du vergibst. Schande über dich. Dann kommen wir zum letzten Schritt. Die Bestrafung. Es muss etwas sein, das sie nicht ohnehin regelmäßig für dich machen würde. Wenn sie beispielsweise regelmäßig für dich gekocht hat und gerne isst, dann ist dein Essen keine Lösung. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.